Einmal auf der großen Bühne vor tausenden Zuschauern stehen. MyMove macht das möglich. MyMove Tanz Deines Lebens ist ein neues Format des MDR, bei dem acht junge Tänzer aus 250 Bewerbern die Chance haben, Profitraining von drei Coaches aus dem Showbiz zu bekommen. Am Ende wollen sie zusammen auf der Bühne stehen. Ignacio Uriate, gebürtiger New Yorker und Sänger der Band Lion's Head, unterstützt MyMove als Coach und Jurymitglied. Er begleitet die Dance Crew auf ihrem Weg auf die große Bühne. Ich denke, die Show gibt einen realen Blick auf die Kämpfe, die die jungen Tänzer durchleben. Das hat vielleicht so noch niemand im Fernsehen gesehen. Bei vielen TV-Shows geht es um das, was am Ende passiert, den Auftritt, die Beurteilung. Aber MyMove erzählt über den Prozess und wie die Kinder da durchgehen und wir mit den Kindern. Ich denke, das ist eine einzigartige Perspektive. Der zweite Coach ist Philipp Lehmann aus Dresden von den Saxons, einer Breakdance-Crew aus den besten Tänzern Mitteldeutschlands. Ich finde es sehr schön, dass es so ein Format für Kids gibt und auch für Jugendliche. Finde ich sehr, sehr gut. Das Team war wunderbar, muss ich sagen. Es ist eine schöne Wohlfühlatmosphäre gewesen. Es war wunderbar. Wir hatten hier herzlich viel zu lachen. Alles, was Beine hat. Es war echt cool. Wir haben sehr coole Momente erlebt. Und ich glaube, es ist immer letztlich das Schöne, dass man das Leben auch so ein bisschen genießt. Und das haben wir auch gemacht, auch beim Dreh und auch mit den ganzen Tänzer und Tänzerinnen zusammen. Und es war cool. Wir haben coole Momente gehabt. Die Frau zwischen den zwei Männern ist Violetta Kromer, Tänzerin und Choreografin, die Promis schon für Dance, Dance, Dance und Deutschland tanztcoachte. Jetzt macht sie die MyMove Dance-Crew fit. Und dazu kommt noch, dass die von heute auf morgen Profi-Tänzer werden. Die müssen am Ende auf einer Bühne stehen und sind Background-Tänzer von Iggy, von Lion's Head. Und das wird eine sehr, sehr große Herausforderung und ich hoffe, sie werden das gut meistern. Yo, wir schaffen das! Yeah! Mehr wird nicht verraten, schauen sie selbst. Seid ihr schon gespannt? Wir sehen uns bald bei MyMove!